We made a choice, go fight against your fate Pay will come with the pain Pay will wake up the death sponding Crowding, storming, world somehow I see the storm now to kill Yo hi und willkommen, mein Name ist Danilo LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Honkai Starry Ja, in der letzten Folge haben wir in der Story gemacht, sehr intensive Cutscene, so wie in jedem Miojo spielen, aber ja, was soll man machen, ne, so, ist das überhaupt ein Team, das ich, ja, da ist das Team, ne, da ist das Team, das ich dabei hatte, ne, gut, ist auf Deutsch, ja, ist auf Deutsch, ähm, ja, Gott, wir machen hier weiter in der Story, ne, damit wir gucken, was hier los ist, wir steuern gerade im März, welche hier, glaube ich gerade, da spielt es ein bisschen laut, welche gerade hier mit Juni unterwegs ist und sich, glaube ich, zur, zum Dingsjahr anmeldet, hier zum Turnier, würde ich mal sagen, läuft er in zwei Stunden oder so, ne, jetzt habe ich da verstanden, ne, und sie sollte hier irgendwie undercover, glaube ich sein, oder auch nicht, weil sie sie gerade mit März angesprochen hat Ja, oder? Hm. Huh. Hm. Hm. die junge schönheit vom extraexpress jön schülerinnen die unbesiegbare siebter mehr die unbesiegbare kam nicht als recht nach meinen namen zu fragen so was war die stimme von lisa von genshin impact jetzt meine ich ja zu diesem turnier jetzt irgendwie auch in letzter zeit verlauft das oder war ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe doch war mit der pote alle deshalb mit nanika kiezeiter konto war die meisterin hier ist sehr stark dein kampf ist wortwörtlich zu kontern je länger der kampf dauert desto mehr kontern zu das bedeutet dass du mehr schaden anrichtest was zum sei oberpflichtig irgendwie so was hier kommt ein bisschen zeit zu schönen tor du hast ja schwäche gegen extra waffendreieck das schwert hast du irgendwelche schwachpunkte stark gegenüber schwerter und schwach gegenüber extra waffendreieck ist irgendwas ungewöhnliches aufgefallen in pension ich habe schon geredet machen die leugen an die menschen also normal obwohl das spiel kommt von china da jetzt habe ich irgendwie gar nichts ich dachte ich soll den seine schwäche ausfinden soll ja noch hier dingspunkte ja okay nur noch gucken erwartet man hat hier okay die schattur bleiben trotzdem ich bin nur hier in dem ding sind in der story gebiet gerade so in separaten gebieten weil hier ja hier wäre doch alles hier hat normale gebiete deswegen wundere ich mich gerade wieso ihr schatz drohen sind hallo ich bin siebter märz stelle ich tu irgendwie gar nicht da mach mal du lieber deswegen gefällt mir ich bin irgendwie charaktere irgendwie so alt sein können der typ hat woche ich keine entschuldigung dafür gegen mich zu verlieren meine aufnahme zeit wieder nicht weitergehen ich bin was so ja 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 das ist keine frage also selbst sagen es war ja nur ein gerücht was wir richten ich mache ja ja ich nehme daran teil meisterin juli ich weiß nicht dass ich daran teilnehmen der hauptaktor ist kein schwertkämpfer der baseballschläger ich habe irgendwann auch ein schwert bekommt ich muss mal kurz die aufnahme checken weil schon wieder die dinge 10 nicht weitergeht also bis gleich so alles paletti ist ein bisschen nervig wenn irgendwie die die hand die aufnahme geht immer weiter nur als die zeit wie lange ich aufnahme geht manchmal nicht weiter und das ist ein bisschen nervig weil ich halt wissen will wie lange ich gerade aufnehmen wenn er so ja irgendwie fühle ich mich ganz normal fühlt ich mich ganz normal irgendwie fühlt ich mich ganz normal leute ich habe nicht so war mein gegner gelernt noch mal gegner platt ich werde wohl keine talent hier brauchen also ja lass mal sehen wie es da aussieht ich würde sagen sind da gegner gewesen treu schon wieder einer am tanzen da habe ich heute ist vorbei ich werde das ist wenn wir jetzt bestimmte auswählen jetzt auch ganz passiert man ich bin ja sie hat gesagt die beiden folgt mir in der quest ich muss mein team ändern dass mein grinding team ja was mein story team mit story team okay finde heraus wo muss ist das ist maus das ist das ist Ich habe mich hier gelegt, was ich zu dir? Ich habe mich für die Welt gelegt, was ich hier? Ja, das ist. Ich habe mich immer noch für diese Hände geschenkt. Ich habe mich hier gelegt. Ich habe mich für die Beleidung gelegt. Ich habe mich für die Erinnerung der Herrschöhnischen König. und freundlich das zu sagen aber okay wir müssen mit ihr mit ihren angeboten ja okay du bist tot war nur eine welle ok ein duell zwischen geiseln und Ich habe mich über die Hordi geführt. Was ist das? Ich habe mich über die Hordi-Geräusche gesehen. Es gibt nur noch ein paar Leute, was ich bin? Ich habe mich über die Hordi-Geräusche gesehen. Das ist das, was ich. Herr Schögen, ich habe die Hordi-Geräusche in der Hordi-Geräusche und die Hordi-Geräusche. Er war zu healthcare in den Därufen von Abdullah. die hungrig waren, was haben wir heute in der Escobarósee getroffen. Ich habe mich übernommen lassen. Ich tausende ihn, 1970 00.03. Ich habe mich über die Hordi-Geräusche gesehen. evakuiert sofort alle das ist ja nicht da kann ich doch nicht entscheiden du meinst er wird gleichzeitig an mehreren orten zu schlagen es sie hat die ganze zeit die alles in griffen da wäre ein bisschen lahm ganz ehrlich alles vorausgeplant und egal was cool macht sie hat alles schon vorausgeplanten da wäre ein bisschen langweilig vorausschaubar wenn ich ganz ehrlich bin ja ich kucke ich kucke ich kucke ich 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 Ah. himmel spalter wenn wir während des turniers bekämpfen auf den turnierplatz das wäre ehrlich gesagt ziemlich geil seine zu finden so laut wie die sich unterhalten haben was soll mir mit denen machen ja keine ahnung was sagst du mein mein boy singt werden da gerade gepfiffen in aktion drehen nicht die ganze zeit darüber reden wo er auftauchen könnte und stattdessen dahin gehen wo wir denken wo er auftaucht anstatt weiter darüber zu reden um herauszufinden wo es wir müssen darüber reden was für entscheidungen getroffen werden was noch schlimmer ist denn leute die nur über entscheidungen reden und keine entscheidung treffen die jungen an die okkosel damit nie muss denn doch der muka oder leite dann kann ich dann niemals spielen aber dass das nur mehr nur mehr nicht das ist ich habe ich gar nicht versucht zu lesen werden der story von gegen die auch die fresse bekommen eine kleine war die einzige den besiegen konnte diesen hule typen ich habe mich hat eine chance gegen den hat selbst sie keine chance gegen hat und die hat ja juli und junkie aufgehalten ich habe mich hat schon wieder perspektive wechselt aber da ist nicht gut ja ich weiß ich mach so ein tornado ja warte mal wieder ein bisschen abgeschlossen manchmal sie würden mir sie geben aber da ich sie schon level 80 hat wird meine benommene meine ist meine stärker ja ich kann ja nicht untersuchen meine hat alle sachen auf level 85 sterne lichtkegel alle sachen aktiviert sachen fasst auf dings ich habe die von der story wäre wahrscheinlich stärker mal schauen simulierten universum wird sich technik auch gerne ich will ich will sie mir als nichts hat ankommt die werden noch von ihrer technik angegriffen technik zählt für jede für jede dinge sehr für jede aber ich muss sie sogar alle erledigen alles klar okay ich bekomme mit dinger jahre zurück aber er muss der letzte da kommt ja nicht glaube ich um eins von drei fehlen bei neuner was natürlich ein angriff durchkriegen ok ja ich habe jetzt ein gutes zeichen dafür meine meine fähigte auch stark genug essen dazu bin ich glaube ich nicht hier gewonnen schüttet werden da war der letzte ja genau ich habe jetzt aber so kaputt kein technik punkt hier verschwenden mit der angesagt gestärkt wird und dann noch mal und weiter weg also geht er auch der flicht mit yukong alles klar sind wo ein ding zum heilen ja was ich hab mir irgendwas kommt direkt ja die sind alle weg mann juckern will ich auch wieder spielen ich habe es noch mal eine weile lang gespielt dieser irgendwie so level 70 74 oder irgendwie so hat war der einzige imaginäre charakter den ich hatte für eine weile und dann hat sich welt dann hatte ich den trailblazer seiner pinaconi form sagen wir nicht wir wechseln schon wieder perspektive da macht ihre ultimate ja mit dem mauschläger sie hat eine atomwurm mit da reingeworfen ok und du willst mir sagen sie hat keine chance gegen den typen wird sie auf den arm nehmen zur gleichen zeit in der aurum allee was jetzt hat mir solche szenen und sagt wir wollten wir dann sagen die hat keine chance gegen den wolf typen da tut mir leid aber das ist ein ein bisschen schwer vorstellbar was ist gerade passiert was ist gerade passiert leute okay wir füchten hier die perspektive wechseln mein gott da ja was geht marktag von allen leuten dem ende dieser quest ich dachte ja kommt noch so ein bisschen was wer geht also schnell von dann wir kämpfen auch gegen ihn so als postversion also ist ein solcher angriff noch am leben bist ein kleiner post oder so ganz immer kapitulieren leute ja wala kua yusuf yusuf no salm kemonoa mina wanaから逃れるためなら片腕を落としてもかまわないという道理を知っている 私は今日その片腕になるのだ 長期に渡る狩猟生活の中で選手に突きしたがったのはほんの一瞬に過ぎないが あの方の存在は請求の月のように先が見えなくなっていた我らの視界を開き道を示してくれた durenの末裔は狩猟の虚君に背いた 生き延びるためとはいえ闇の中に隠れ同胞を貪ったのだ もはや我らは狼ではなくネズミのような下品で哀れな存在になってしまった だが風霊様の恩恵により私たちは彼の広い見識と狼欠を賜った ドゥーランの末裔は狼の群れの勝利のために生き勝利のために死ぬのだ 来い妖精神その爪と牙を見せてみろ 様と私はどちらかが生き絶えるまで戦おうではないか これは驚きだ 犬風情が他者に尽くそうとするとは だがお前はひとつ勘違いをしている ここに一対一の公平な決闘など存在しない 俺たちに敗北した後もその態度を貫けるといいな でも私たちで使う容量が溢腺ができる 私は皆さまる 彼女の味深くخرか 彼女の花をゴニチーマル ich meine überflusskarakter wir halten auch nicht viel aus normalerweise naja eigentlich schon weil die meisten von ihnen auf hp skalieren aber sie tut auch angst auf skalieren ich habe gar nicht gesehen was die da gerade gespielt haben gott ich muss sie unbedingt hochlevel ich nehme mir ehrlich gesagt ziemlich schaden da ist verspendung dann nenni so setz nach wie seo harry holen das ist noch übrig kollege ok ich werde ja mit hausgesprochen habe Ich will nicht weg, wie weitest du hier weg? Der Herr Schuhl-Berweiger will mir dich schaden und du wirst mit Mordu. Hahaha! Du bist so kalt, wie dein Gehirn mit den Zuhl. Du bist so kalt, Junge. Du bist so kalt, und du bist so kalt. Du bist so kalt, als das Gehirn mit den Zuhl-Gokken. Es ist noch nicht vorbei, Mose. Ich bin hier, Mose. Ich bin hier, Fuhrein. Was soll ich sagen? Herr Schönger, Herr Schönger. Wir haben keine Ahnung in den Krieg. Untertitelung des ZDF, 2020 was du gerade diesen riesigen pfeilhagel gesehen ist das diese krankheit sie war ja ganz eindeutig gerade den schmerz ganz eindeutig gerade schmerzen und die haben ja auch vorher schon gesagt sie hat irgendwie eine krankheit die geil werden muss dann ist das wolfsblut in sich hat so 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 noch jose lüge der tatsache kürzer 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 wieder charakterwechsel jungen himmelsspalte warum nicht mehr als warum sie seit ihr dieses typische turnier akvon wie ein turnier stattfindet aber es euch irgendwann abgebrochen wird also immer noch meine jungen leben ein bisschen erfahrungsmonte bekommen und fast ich will langsam mal ich habe sie noch gar nicht fertig hochgelevelten das problem ist es läuft wieder ein event was ich nach der story spielen kann wo man eine dutzende von diesen materialien ja bekommt deswegen will ich nicht jetzt schon die ganzen sachen fahren weil ich halt gratis durch das event bekommen aber ich konnte hier mal irgendwie was hochleveln wird kann man hier hochleveln ist eigentlich egal wo wenn du nicht sehr gut geschwindigkeit an das kraft mehr habe ich nicht da kann ich nicht rein also ja wenn ich das event spiel dann kriege ich die ganzen sachen irgendwann umsonst deswegen will ich die jetzt nicht fahren und irgendwie treibstoff aus dem fenster werfen habt ihr irgendwelche wölfe gesehen und du hast auch noch angenommen du idiot wir laufen überall wölfe rum wie blöd seid ihr eigentlich wir wissen wir halten noch nichts davon wir wollten ja nicht informiert werden ja okay ja okay ich weiß ich weiß ich würde noch gucken dass ich ein rätsel irgendwo wir sind schon hier ja Wenn ich nicht rausgekommen habe, ich werde die Begründung verraten. 10 9 8 7 6 5 4 Ich bin bald, aber 3 2 1 Moment! Warum hast du richtig preisgegeben? Oder ist das jemand in Verkleidung? Ja Ja Nein, nein, nein Ich habe das nicht auswendig. Ich bin so dumm, dass ich als nur die Leute zu Hause bin, dass ich als ein junges Mensch bin werde. Ich bin sofort die Kjöne! Kjönen von Kjönen? Sie haben zu tun, dass ich mit Herrn und Herrn umgebrachte, dass ich eine der Kjöne, die die Jöne zu lassen, dass ich nicht verraten kann. Sie waren nicht so gut. Ich habe die Kjöne, die Höne zu setzen. Warum hast du dich vor ihr versteckt? Von allen Leuten? Was ist das für mich? Was ist das für mich? Wenn ich mich nur sagen würde, ist das für mich sehr glücklich, aber... Aber ich glaube, ich bin mir auch so interessiert. Auf jeden Fall... Die Körbauten sind groß, und ich glaube, es wird mehr Menschen, weil es hilft. Ja, ich glaube, ich glaube, du wissen es, aber... Was ist das? texte ein bisschen komisch weiter ja es war die ersten rätsel darum komme ich mich na normal weil ich habe dann die zeitmäßig noch klappt irgendwie falls wir gegen hule noch kämpfen oder so ne ein schweiler ja ich muss man sachen kaputt machen nein beruf ja jemand hier truhe das hier einfach barfuß rumläuft das hier das hier 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 was geht wo kommt ihr auf einmal hier war mein gott der gefühl sind ja irgendwie rassistisch gegenüber die viecher ich meine ja die haben eine menge leute getötet aber ist ja kein gott so was jetzt nicht zu sein ja ausgeburten meine gt dann sind doch böse ich dir mal noch missverstanden wisst ihr hat nicht sind ja auch viel schaden ja ja wir sind oberkirche gegen die gegner da kann ja ich wollte doch mal die heilung und ankommt hier in 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 ich glaube abkürzung und diese gegner jetzt echt dober mechanismus hier kommen wir dann gar nicht das turnier irgendwie zu sehen wurde schon die ganze zeit gehypt hier haben wir kommen wir halt noch nicht mal aubert warte mal in am kennig sind ich einer von ihnen von der genius society jetzt sehen wir noch nicht mal in einem kack warte mal in Ich wusste, das alles läuft nach Planen, ne? Ich wusste, was ich bereit ist, was ich bereit ist. oder werden etwas längere party und erst noch mal da reingesprungen sechs stunden vor beginn des kampfkonzern betron der göttlichen vorhersehungen was er noch weiter jetzt wieder es wird wieder der plan erklärt ok ja alle leute sind hier super klug sich noch mal extra hier erklären haben sie bei sendes und sie auch mal gemacht hier jetzt bitte erzählen nicht zehn minuten ja den plan erklärt genau dieses komische mundschema sowie aventurien wenn er aufhört zu reden da bleibt der mund immer nur so ein bisschen offen hat er und aventurien auch damals der blonde von pinaconi nicht sonntag der sonntag war nicht der das glück spieler ja äh 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 die ausgeboten nach all den leuten hier gehen müssten alle müssten alle welche abgemetzelt werden wenn man ziemlich sicher ist wird es vielleicht noch ein kampf zwischen uns und holen folgen deswegen weiß ich nicht wie lange ich neue weiterspielen sollte ich muss noch zehn minuten ja ein rechnen ich habe im moment hier 43 minuten aber ich habe ja okay weil so weiter mache ich hier mal ein schnitt am besten oder wenn jetzt bei ungefähr ich müsste jetzt bei 54 minuten sein ungefähr na gut weil ich bin mir ziemlich sicher ruhe wird bald ja kommen obwohl jetzt noch eine menge zu erkunden immer noch ein bisschen weiter hier kommt da bestimmt ja auch und wollte kämpfen was geht nur mich nicht so an mehr als siehst du nicht da steht grausamer ich habe gar nicht mal für ein team ich nehmen soll wenn ich hier gegen gegen hule kämpfe ich glaube mein team ist ein bisschen schwächlich ja machen wir einfach mit mir mit sonntag erst mal wir gehen einfach mit dem story team rein dann werden wir sehen wie gut unsere chancen sehen und dann versuchen wir jetzt kann ich ein welcher sehen ob ich ein vernünftiges team braucht oder nicht sie nennt sie auch märzchen gut ich mache ich mache ich mal ausgezeichnet oder machen wir noch dreht es mir ist halt auch so ich kann zurücksetzen möchte ich sagen ich mache hier ein schnitt und ruhig haltiger schutz und da machen wir beim nächsten mal weiter wenn es hier wieder heiß mit honka ist dabei weiter gut so wie ich glaube wir sind so relativ nah am ende mal lassen dass mich noch mal kurz gucken hat für eine quest muss ich hier erledigen so volle hütte was hat schon wieder ein neues event das ist event das ist die story der leister event genau eine fuge aus dem jenseits muss ich erledigen und ich bin bei waffen gefährlich immer noch nicht okay dann habe ich ja nur die companion mission von jungen leben muss ich auch mal irgendwann machen ich werde aussparten na gut aber darum können wir uns ein andermal im moment würde ich erst mal sagen wenn man ja ein schnitt und ich glaube es ist sehr offensichtlich dass wir aber nächstes mal gegen hohe kämpfen werden gut dann sage ich dankeschön fürs zuschauen ich hoffe ich habe diese folge gefallen wenn er hinterlassen liken ab und kommentar das würde mich sehr freuen dann sehe ich euch in der nächsten folge oder ciao